Was ist das? Das sind ja die erforderlichen Dokumente, um euch beide zu trennen. Es ist unglaublich, ich sehe bereits jetzt schon das Ende eurer Freundschaft. George, tu doch was! Legen Sie den Kugelschreiber weg, Mr. Crabb, oder wir hypnotisieren Sie. Ich werde doch nicht Mühe von... Oh, was passiert hier? Keine Ahnung! Wenn ich mit den Fingern schnippe, werden Sie alles tun, was wir sagen. Sie sind du der verwirrte Geck im Rundermals! Na la la! Es hat funktioniert! Wir müssen ihn stoppen! Wieso? Oster! Runter von der Straße, du Depp! Vielen Dank, Autofahrermann! Ja, wir sollten ihn aufhalten. Ich bin George Beard, das ist mein bester Freund Harry Tatchits. Wir machen Comics und versuchen uns gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und der alte Typ, das ist der schlimmste Rektor auf der ganzen Welt. Ihr habt einen Streich nach dem anderen ausgehackt. Ein paar von denen waren ganz schön schwer umzusetzen. Allein die Tiger-Aktion. Ja, das war krass. Ihr zwei kommt ab sofort in verschiedene Klassen. Ich werde eure Freundschaft zerschlagen. Legen Sie den Kugelschreiber weg, Mr. Crabb, oder wir hypnotisieren Sie. Oh, was passiert hier? Keine Ahnung! Sie sind nun der fabelhafte Captain Grandapens! La, 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 la! Im Oktober... Kommt, Zeitkicks! Wir müssen ihn stoppen! Wieso? Oster! Runter von der Straße, du Depp! Vielen Dank, Autofahrermann! Wird Ihre größte Schöpfung Ihr größtes Problem. Hin fort, du riesiges Monster! La, la, la! Ich glaub, ich mach ihn langsam müde! Ein neuer Superheld in Unterhose. Hallo, Klasse! Ich bin euer cooler, neuer Lehrer. Kein so niederregender Typ, der geheime böse Absichten hat. Leute, ich hab das hier voll im Griff. Ja, hat er total. Schöpfung, 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 Schöpfung! Untertitelung des ZDF, 2020